Hallo ihr Lieben und Willkommen zurück zu Steffs. Okay, Treppe rauf, Treppe runter. Ich gehe einmal die Treppe rauf natürlich. Ich will es ja testen. Wenn die Goals sind weg. Ein Glück ey. Mal gucken was als nächstes kommt. Ich bin gespannt. Ein bisschen Schiss habe ich auch, muss ich ganz ehrlich sagen. Ah, okay. Da kommt dann wieder dieselbe. Also wir müssen nach unten. Saving Game. With friends like theirs. Errungenschaft gerade bekommen. Tja, da fängt die Folge mit einem Ladebildschirm an. Sorry. Wusste ich ja nicht. Jetzt kriegen wir bestimmt noch eine Geschichte präsentiert, oder? Oh, diese Musik schon wieder. Burn, burn, burn. Die Polizei hat das alles nicht mitbekommen, ja? Oh, was haben wir denn hier? Können wir durchgucken? Wir kommen in einen Wald. Spoiler. Freiheit, Alter. Oh, und weg ist sie. Die Tür. Na, kommt jetzt der Slenderman, oder was? Da sollen wir lang. Tja, Leute. Was soll ich machen? Ich kann nicht aus der Haut. Ah, okay. Ich sehe schon, da ist aber ein Baum. Aber wir haben die Nachtvision noch. Aber hier liegt ein Baum auf der Straße. Boah, guck mal, wie die... Äh, wie die Sonne wollte ich gerade sagen. Wie der Mond da oben scheint. Ich denke mal, hier werden wir nicht weiterkommen, ne? Ne. Da blockiert der Baum die Straße. Na, dann schauen wir mal. Es knarrt und kretzt. Sind wir jetzt in The Forest angekommen? Die sind zwar Strommäste, aber keine Stromleitungen. Komischerweise. Ich hoffe, wir werden nicht beobachtet gerade. Wir kommen da jetzt bestimmt zu irgendeinem Herrenhaus, oder? Oder ein Campingplatz? Ich weiß nicht, was das heißen soll. Hevelins, Doc B. Also da oben steht auf jeden Fall Willkommen in wahrscheinlich, Till. Willkommen in... How very much I have loved you. How much I have only wanted you to have a better life. I'm speaking not as a leader. I'm speaking as a prophet today. You must go through our trials like everyone else, if you are to join us. Oh, ist das hier so ein Campinglager gewesen? Und der... Leader, also der... Oder so ein Pfadfinderlager? I'm sure it's him on the speakers. Wer denn? Hab ich irgendwas nicht mitbekommen? Oh, 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 oh. Ähm. Es sah ja gut aus auf den Stuhl da gerade. Und ein Schrein. Ach du Scheiße, das ist voll die Sekte hier. Hier haben sie irgendjemanden gefoltert. Alter, mit der Bratpfanne. Da ist Blutgegen gesplittert. Ach du Scheiße. Ähm. Ähm. Hm. Komischer Schatten. Ach, keine Sprachausgabe mehr. The Bird Remains Discernal. Ja, das wird wohl der hier gewesen sein, der uns heute verlassen hat. Alter. The Morning Star. Warte mal, wir haben noch bestimmt Fotos neu, oder? Ja, guck mal. Okay, wie war das Foto? Müssen wir jetzt hier mit Night Vision, oder ohne? Ich mach mal ohne. Ohne, ne? Ja, irgendein Altar hier. John Jowar? Jowars? Was? Wer ist denn das? Haben wir von denen schon mal was gehört? Ne, ne? Ich meine nicht. Was sollten wir davon? Ne, wir sollten von dem Lageplan irgendwie ein Foto machen. Ist die Tür da auf? War die vorher auch auf? Ich hab nicht drauf geachtet. Mist. Hier ist auch so ein Altar drin, ne? Ja, das kann ja heiter werden hier. Hier auch wieder Drogen. Irgendwann sind Drogen im Spiel. Haben sie gekokst oder was auf so einem Spiegel? We'll join the other in the forest soon. Ist dieser Raman, ist dieser Prophet gewesen? Wie er sich selber genannt hatte. Es war bestimmt hier so ein Cheerleader-Camp, ja? Was haben wir hiervon auch? Ne. Irgendwas mit Rosen. Rosen. Rose. Rose. Ist auch so verdächtig ruhig hier, ne? Okay, die Tür ist auf. Hier alle Regale umgestürzt. Hier auch wieder der Altar mit den Rosen. Was ist ein Hemlock? Ach Mist, das weiß ich nicht. Drink my Hemlock. Ich hab Angst, dass wir jetzt gleich überrascht werden. Memorial und Campsite. Hiervon sollten wir ein Foto machen. Wo sind wir denn? Guck mal, da ist so eine Rose. Da auch eine Rose. Da auch eine Rose. Drei Orte im Wald. Oh, das. Und wir sind da oben im Camp drin. Ei, ei, ei. Da hab ich ja Bock drauf. Ja, der hat drei Markierungen. Halt die, die Karte. Da sollen wir nachschauen gehen. Nein, ich will nicht. Keine gute Idee, Junge. Oh. Ich hab's zum Glück grad leuchten sehen. Oh, schock. Oh, was war denn das? Oh, der hängt ja immer noch da. Ach du Kacke. Mit ner Rose aufm Herz tätowiert. Alter. Die Gedärme. Oh. Alter, hab ich mich grad erschrocken. Voll die Fanatiker. Sie haben Rammus Genie nicht verstanden. Haben wir jetzt das Foto? Ah, da. Hat man das vorher gesehen? Ich hab zum Glück nicht drauf geachtet. Sonst hätte ich mich wahrscheinlich gar nicht so erschrocken. Ich weiß nicht, ob man den vorher auch so da gesehen hatte. Alter. Ein Ungläubiger. Ich guck mich aber bevor wir in den Wald gehen erstmal hier überall um im Camp. Oh, hier ist mal kein Schrein. Aber ein Zettel. Alles gleich eingerichtet hier, ne? Ich guck mich noch. So, ich guck mich noch. Ich guck mich noch. Ich weiß jetzt nicht, wenn die Amis oder die Engländer sagen Fake Smiles, kann man das auffassen so als wenn die sich so eine Maske aufgesetzt haben halt. Also jetzt nicht im wörtlichen, im bildlichen Sinne eine Maske, sondern im wörtlichen Sinne halt ihren, wie soll man das sagen, mir fällt das Wort gerade nicht ein, sich einfach verstellt haben, wieder eine Rose, ach der heißt komplett so Jane, Joward, Reynolds, das ist der selber, I really know, ich dachte das wären zwei verschiedene, der Joan Blabla und der Remus, aber der hat einen Doppelnamen einfach nur, hier ist alles verbarrikadiert, okay, aber da kommen wir doch rein, oder, können wir hier nicht rüber laufen, oh Leute, warum kann der Junge nicht springen, ich will hier rein, können wir das weg fotografieren, geht auch nicht, ich will da rein, hm, ist auch alles zu, können wir da mal reingucken, ich rechne immer damit, dass man da dann irgendeinen Schatten drinnen so weghuschen sieht, aber zum Glück nicht, da geht's in den Wald, äh nein, ich will noch nicht, noch nicht, ja hier ist auch zu, ist auch so eine bedrohliche Stimmung hier irgendwie, in dem waren wir noch nicht drinnen, ne, ich glaube das ist das letzte, auch wieder Drogen, oh, Zange haben, da, irgendein Messer, oder, oh, hier haben sie auch irgendjemanden ran, ich dachte da kommt jetzt, sieht auch so aus, als wenn hier so einer ran genagelt wurde, ne, und dann irgendwie gefoltert, hier we will be free, ich glaube ja nicht, ich glaube ja nicht, okay, dann gehen wir nochmal in die Dorfmitte, ist gerade irgendwas umgefallen, hier ist noch einer, ne, hier waren wir noch nicht drinnen, wenn ich renne, hat das irgendwelche Auswirkungen auf das Spiel, ich weiß es nicht, oh, da steht irgendwas, leuchtender Schrift, ja, keine Ahnung Leute, nö, nö, ach schade, ist das holländisch, oder, ich weiß es nicht, das ist gruselig, nein, wir sind alle, we are all ready to go, haben sie sich voll und ganz wohl verschrieben dem guten Propheten, es ist noch so ruhig, man, ich habe Angst, dass hier gleich irgendwas passiert, komm, wir gehen jetzt in den Wald, haben wir hier Werwürfe oder sowas dann, ich habe keine Ahnung, haben wir denn eine Map oder sowas, ne, auf dem Journal, wir haben doch da das Ding mal fotografiert, können wir das, ja, da kennt man nicht viel, haben wir hier irgendwas vergessen, hier ist noch ein Buch mit Rosen, ich glaube das kommt aber noch, oder, das habe ich jetzt nicht gesehen, ich habe eigentlich immer alles fotografiert, ja, dann gehen wir mal in den Wald rein, Hallo? Das Rauschen wird lauter, Leute, ich habe keinen Bock, komm, wir gehen mal zum Campsite, Boah, hier verirre ich mich doch, oder? Saving Game, Memorial Site, komm, wir kommen jetzt nur so vor, oder wird das hier dunkler, da hinten läuft wer, da hinten ist gerade jemand lang gelaufen, 100 pro, ich habe mir das nicht eingebildet, oh, wie geil, wir sind nicht alleine, es war so klar, da ist ein Lagerfeuer, ne, da ist Campsite, ich war gerade jemand, jetzt hätten wir davon nicht ein Foto machen, Feuer wird dich an das, was du suchst, du musst das Licht folgen, denn es gibt nichts anderes, scheiße, warum habe ich ein Foto gemacht, warum habe ich ein Foto gemacht, da war noch ein Zettel auch, du musst follow the light, nein, ich muss gar nichts, ich beende jetzt hier die Folge, alles gleich, wir sehen uns dann in der nächsten Runde wieder, wenn wir diesen, sehr einladenden Weg hier, entlang spazieren werden, ein schöner, gute Nacht Spaziergang, äh, guten Abend, ein schöner Nacht Spaziergang, so, alles klar ihr Lieben, dann sehen wir uns in der nächsten Runde wieder, bei Stairs, im Wald, alles klar, bis dann, bye bye.